frei Der Start zu unserem achten Tagesbewerb der Akon-Trophy ist freigegeben. Die neuen Teilnehmer formieren sich hinter dem Startwagen. Favorisiert nach wie vor Programm Nummer 4 Love You Venus mit Christoph Fischer. Nun sind es noch etwa 100 Meter bis zum Start. Teilnehmer ab. Am Start springt hier gleich der Favorit Love You Venus ein. Er springt gleich noch einmal nach. Hier an die Führung geht Programm Nummer 5. Miles dahinter an zweiter Stelle Sully. An der Innenkante Credit Venus vor außen Rio de Alla. Dann sieht man Revento J an der Innenkante vor Dandy Venus. Dann kommt an vorletzter Stelle Gif Greenwood. Und an letzter Stelle sieht man Casino Maro. In Führung befindet sich Miles. Miles in Front. Dahinter an zweiter Stelle Sully. Dann an dritter Position Credit Venus vor innen Dandy Venus. Nein, innen Revento J vor Rio de Alla. Dandy Venus, Casino Maro und an letzter Stelle Gif Greenwood. Aber vorne alles unverändert. In Führung nach wie vor befindet sich hier Miles. Miles in Front. An zweiter Position sehen wir Sully vor Credit Venus. Außen kommt wieder Rio de Alla weiter. In seinem Windschatten Dandy Venus vor Gif Greenwood. Und an der Innenkante noch Revento J und Casino Maro. Die Teilnehmer nach einer gelaufenen Runde von ungefähr 1.17,0. Befindet sich Miles hier nach wie vor in Front. Dann dahinter an zweiter Stelle Sully vor Credit Venus. Außen kommt Rio de Alla weiter. An der Innenkante Revento J vor Dandy Venus. Dann Casino Maro und an letzter Position nach wie vor Gif Greenwood. Die Teilnehmer im Stadionbogen das letzte Mal. Außen kommt nun Rio de Alla immer weiter nach vorne. In Führung Miles. Miles in Front. Dann Sully an zweiter Stelle. An der Innenkante Credit Venus vor Rio de Alla. Dann Revento J, dann Dandy Venus. Und Gif Greenwood. Und den Abschluss nach wie vor Casino Maro. Das Tempo hat nun wieder etwas angezogen. Und nach wie vor befindet sich hier Miles in Front. Miles in Führung. Dahinter an zweiter Stelle Sully. An dritter Stelle Credit Venus. Dandy Venus wird hier auch nochmals zur Attacke genommen. Und Revento J. Und an den übrigen beiden Teilnehmern an letzter Stelle. In Führung ist nur noch Miles und dahinter an zweiter Stelle Sully. Diese beiden kämpfen hier um den Sieg. Innen Miles. Dahinter Sully. Und an dritter Stelle Credit Venus. In Führung Miles. Dahinter kommt Sully mit Schritt für Schritt näher. Innen Miles. Dann kommt Sully. Miles oder Sully. Das Rennen geht an Miles. Miles gewinnt vor Sully und Credit Venus. Das Rennen geht an um liontitel. Das Rennen geht an um 만약 verschieden. Die uns beim Lauts gehen先生 an um Jesu. ربatend. Es realisiert und wie ein toxikars am 5-4-1. Untertitelung des ZDF, 2020